Hi, ich bin der Günther und ich komme aus der Dönerwude. Willkommen zur nächsten Folge Undertale Chino Side Run. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht auch ein bisschen dumm ist, wenn ich die ganze Zeit mit anderen Stimmen rede. Vor allem ist es für mich verdammt anstrengend. Heute bin ich wieder alleine und mir fehlt hier ja noch ein Gegner, den würde ich sagen, gehe ich kurz abfahren. Jetzt, wo ich den Ton gescheit lautstellen konnte und weil Fragezeichen-Man ist diesmal ja nicht dabei, letztes Mal konnte ich den Ton nicht so da drehen. Aber heute höre ich erst, wie die Musik sich schon richtig verändert hat, dadurch, dass ich so viele Gegner besiegt habe. Und einer fehlt noch. Genau der. Wow, auch noch ein Toner. Genau, genau der. Das war's. Alle Gegner in diesem Gebiet sind tot. Jetzt spielt den ganzen Rest diese Musik. Können wir ja auch alles schon. Der nächste Gegner. Wir kennen ihn. Die Attacken sind nicht so schwer zu dort schießen. Und du bist nicht so schwer zu töten. Hä? Ah ja, stimmt. Das kann ja noch der Encounter mehrfach kommen. Meine ganz schlaue Frage. War ich überhaupt hier oben im normalen... Ah ja, klar. Der Schneemann. Kacke, den hatte ich am Ende auch nicht. So. Ich hab mir ein paar Schneemann-Teile genommen. Komm. Hier. Ah ne, Bandages kann man ja auch benutzen. Ich wollte gerade sagen, dass ich für ihn ein Ausrüstungsgegenstand kann nicht wegwerfen. Ein ganz schlauerm Czyk- Ich hab mir diesen. Ach, Lucy, meine Damen und Herren. Oh, die Humanarize. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. Ich weiß. I think you were assigned to this one. Quite shocking! Oh, you see, this is invisible. Und... You must be having... Culture shock. Ich will nicht den Ort kennenlernen, wo Papyrus herkommt. Er sagt gerade, wo er herkommt, ist die Tradition, ähm, gefährliche Horror-Puzzles zu lösen, tödliche, ohne jeglichen Grund. So, äh, just respect the end. Tunis sei da, ich schade dich auf dich. Na, was sagst du, Mann, du hast eine andere Idee von Clad-Along. Schön für dich. Was interessieren mich, die Interessen anderer? Ich werde euch sowieso alle umbringen. War da irgendwie irgendwas? Ich glaube, nichts Sinnvolles. Das ist ja nichts Neues. Oh. Na, dann war da oben nichts Sinnvolles. Stimmt, da waren die Hinweise für Patsy bis bei den beiden Holy Diva. Human, I hope you're ready for... And, where's the puzzle? There's no way they're stupid to us. Can be honest. And they did nothing. Hm, so, ich bin halt schon, wenn ich so eine Junior-Jumbo... Und... What? Junior-Jumbo? Funny, something we can both agree on. Das... Boah, so fun, die Patsy sind kind of right. Was genau steht da? Ah. Hier sind die Spaghetti. So heißt sogar der Save-Point. Niemand ist gekommen. Die sind schon alle tot. Der Schalter ist mit... Hä? Der Schalter ist mit Ranken überseht, was? Muss ich den gar nicht drücken? Ja, den muss ich gar nicht drücken. Der Schalter ist depressiv mit Lianen. Die beiden, meinte ich, dafür waren da oben die Hinweise. Und jetzt kassiert ihr. What's that smell? Where's that smell? If you're smell, then fire smell. Yes, that wet smell. Makes me want to eliminate. Ja. Kennen wir ja schon. Doge-Expert am Start. Scheiße, rein. Komm. Da müsst ihr mehr auspacken. Okay. Warum kann die alleine zwei Äxte benutzen und das auch noch stärker? Hier ist es offenbar. So. Und damit bist du auch so. Schnell hier. Und warum kann ich keine Level kriegen? Rätsel. Wer braucht sowas? Kann ja alles überspringen. Deswegen ist der Genocide Run-Gürzenein-Gürzenein-Gürzenein-Gürzenein. Hey, it's the human. You're gonna love this puzzle. It was made by the great... Are you serious? Sans, huh? They keep walking through my puzzles. They're supposed to let me explain them. Then treat and faffle them with dangerous... Jake. I don't know if they don't like it. Everyone likes Jake. But I love that doesn't share the puzzles. Jake puzzles. But she loves Jake. That's amazing. But you have a great side puzzle. Human, what do you think? Puzzles or Jake? Okay, this is normally the part. When you either agree or disagree. And depending on your answer, you say something great in response. Here, why don't you do this puzzle yourself? Er lässt mir die Gebrauchsanweisung da. Die Maschine funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Ja. Na, Sam. Also, zwei, 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 drei, zwei. Sans ist das Ganze noch übriger im Schild. Ein Schneehaufen. Ja, der lässt aber glicks. Nicht mehr hier. Ähm, ja. Puzzles sind unnötig. Genau, wie da unten lang gehen. Oh ja, gleich kann ich wieder wen zusammenschlagen. Und umbringen. Und dann kriege ich hoffentlich Level dafür. Ja. Ja, das werden nur zwei oder drei Hits. Und die Attacke erinnere ich mich noch. Was ein schwerer Kampf. Aber kein Level 8. Oh ja, vielleicht kommt noch ein größerer Spieler. Vielleicht gibt der mir ja die Erfahrungen, die ich haben. Da steht er. Wenn ihr versteht, was ich meine. Human, this is your final and most dangerous challenge. Yo, the godless of deadly terror. 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 When I say the world, it will fully activate. Hands will fire us back to us when you know it. You know everything. He knows what's going on. Yeah, I know. And... Just forget it. Oh, try that first. It's kind of like throwing a monster at all. Ich habe schon noch gesehen, wie was, was sie mit deinen Puzzles tun. Ich habe schon noch nicht. Es ist nur ein Kindergeburtstag, Sascha. Without traps and fire. Exactly, it's pointless. And you're right too lazy. Ja, aber ich denke, ich denke. Yeah, what I'm saying, you're still completely wrong. I just have the wrong spot here. You are how much from Undyne would you have to do? Lame, violent, it's right up her alley. Ja, it's the slummen of the bottle. So I won't waste this house on you. I just have to appreciate the friend I already have. Cute. I bear you in my life, Ben. Myeh heh heh. Na, na, immer noch so, you guys don't sense. Yes, we didn't need it. I hope to have a good time up there. I said, I've been feeling too much. I'm glad you're gonna find my brother pretty soon. Here's some friendly advice. Ey, gib mir einen kleinen Hinweis. They will keep going the way you are now. You're gonna have a bad time. Ich bin in Snowden. Niemand ist hier. Hier im Shop auch nicht. Hier, das kann ich mir alles nehmen. Warte, Tastler. Wie stark ist das? Fünf Attack habe ich gesehen, aber ich glaube, ich hatte so ein Loch sogar schon. Oh, nee, habe ich gerade. Sowieso muss ich erst mal was... But Nobody Came, wieder der meistgenutzte Satz im Geneside. Hier, das Ablegen, das, das, habe ich wieder ein bisschen Platz und kann hier stehlen. Boah, 700. Hier steht ja auch, wie viel Brunnen es mir gibt. Der falscher Knopf. Oh, ich glaube, ich kann sogar mehrere davon, wenn ich mal was brauche, nehmen. Dann kann ich hier noch... Use... Felt-Ready-Drop. Warum sollte ich... Oh, warte, Monster Kid ist da. Ich dachte, hier wäre absolut niemand. Ich bin auch gespannt, ob ich eine Gasstar anlehne und kriege in dem Platz. Yo, I will run and run away and hit somewhere. Man, adults can be so dumb sometimes. Don't I know we've got Undyne to protect uns. Undyne. Die kriege ich ja auch noch. Doch. Aber gleich kommt erst mal Tapiris. Und wenn ich gleich sage, meine ich... JETZT. Und Sans warnt mich, was hier nicht ist. Der Typ ist doch hier in Lappen. Hallo. Das ist doch halb Deutsch. Halt, Human. Ich glaube, das ist nicht so. Oh, der Sau. Hey, quit moving while I'm talking to you. Hi, the great Papyrus. Have somethings to say. First, you're a freaking weirdo. Halt die Schnauze. Not only will you... Don't like puzzles, but the way you... Shamble about from plate to plate, the way your hands are always covered in dusty powder. Halt die Schnauze. It feels like the light is going down a dangerous path. Nein. Halt die Schnauze. However, I, Iris, the great potential will pin you. And one can be a great person if they try. And me, I hardly have to try at all. Nyeh heh heh. Hey, quit moving. Exactly what I'm talking about. Women, I think you are in need of guidance. Someone needs to keep you on this straight and narrow. But why not? I, Pirate, will gladly be your friend and team. I will turn your life right around. Nyeh. Kim? I see you are approaching. I am offering a hug of acceptance. Nyeh. 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 Level! Damit bin ich bereits in Waterfall. Wo die Musik bereits... Hier, wieder nie. Yo, I just need an auto-sir-a-toon. Genau. Genau. Ich will auf jeden... Ich will an deinen wirklich gehen. Hey, nur 18? Was? Das wundert mich grad dezent, denn ich muss sagen. Ich weiß. In Hotland gibt's um die 50. Ich dachte, hier wären's 30. Mindestens. Die sind natürlich nicht alle direkt, sondern gehen mich... Ich geh einfach ein bisschen rumlaufen und am Ende, wenn ich dann noch nicht alle hab, was ich nicht haben werde, gerade kommt der Rest. Der Genocide Runner ist halt schon echt ne andere Spielerphase. 10? Wow! Und das, was ich vorher hatte, ist... Ich nahm die Bandana mit... 7? Ich brauche dich. Ich brauche dich nicht mehr. Ich kann jetzt eigentlich mal ein Diener auftauchen. Ich will wieder zusammenschlagen. Ach. Andein. Diesmal kommt kein Gespräch mit Papyrus. Was? Woran liegt das denn? Woran liegt das denn? Ich will dich nicht vorhaben. Komm runter und kämen. Nein. Dann wohnen wir nicht. Dann muss das wohl noch warten. Vorher war hier kein Savepoint im Pazifisman. Ja. Ja, flieg schön auf die Fresse. Immer noch 18 und ich... Ich mag das nicht. Sogar die Rätsel hier sind schon gelöst. Hier den Raum verlasse ich nicht, bevor ich den ersten Encounter hatte. Mann, das nervt. Das dauert manchmal richtig lang. Manchmal kriegt man zwei Encounter in gefühlt 5 Sekunden und manchmal kriegt man in 8 Jahren kein... Ich verlasse diesen Raum nicht ohne Encounter. Ja. Hallo? Ich merke schon, dass es am Ende von Waterfallen... Ähm... Greeting... Farming... Was auch immer. Hier wollen ja keine Gegner. Hm... Dann halt nicht! Ah, endlich! Ich hoffe, wenn ich mich jemand auftaufe, da ist sogar schon ein Grinsen übermacht. Ist mir doch egal, wie... Hm... Boah, der gibt schöne Erfahrung. Warum? Ach... Ach komm, wozu brauche ich eine Seite denn da unten? Warte... Rein theoretisch... Müsste es doch... Hier sind doch auch 4 in der Reihe... Obwohl, ne, es heißt Seeds... Müssen in einer Reihe sein. Nächster Gegner... Woschuhe... Leider sind hier anscheinend keine One-Heat-Gegner mehr... 52 Erfahrungen... Ich komm echt schnell voran im Genocide. Ist aber eigentlich auch typisch. Der ist deutlich kürzer als Pazifist. Aha, dein Computer... ... peoples sind... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ey Junge! Ja ja, Andern, wir kennen den Auftritt, Monsterkid steht da. Du bist hässlich. Wen hat von euch beiden nicht meine? Beide. Ich guck mal ob das Goner Kid wieder da ist. Und du rast nicht so aus. Ja, flieg auf die Fresse und geh weg. Dauert ja nicht lange. Nur kurz hier durch den Raum. Willst du mich kann... Okay, ich kann euch mal den richtigen Dialog noch selbst zeigen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal denselben Fun-Wert kriegt? Der wird am Anfang eines Durchspielens ausgewählt. Und man bekommt nicht mal zwingend irgendein Event. Und... Have you ever thought about a world where everything is exactly the same? Except you don't exist. Everything functions perfectly without you. Ich verstehe es nicht. Der Typ taucht normal nicht... Obwohl, ich bin mir grad nicht tausend Prozent sicher. Ich weiß nicht, ob der YouTuber, bei dem ich mir alle diese Geheimnisse angeguckt habe, meinte. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass er sagte, das kriegt man, wenn man den richtigen Fun-Wert hat. Weil vorher gab es einige, die man mit dem richtigen Fun-Wert nicht sicher bekommt. Es kann aber auch sein, dass er meint, dass man es wirklich sicher bekommt. Und zwar wirklich sicher, sicher. Hier war letztes Mal Sans. Und der Typ... Ah ne, ich bin woanders, als ich dachte. Der Nice-Cream-Verkäufer ist auch weg. Genauer gesagt ist niemand da. Aber... Das ist schade. Dann kann ich sie nicht umbringen. Oh, und ich glaube, ich bekomme hier gleich eine neue Waffe. Und hoffentlich einen Encounter. Ich will mal wieder jemand abschlachten. Wie stark sind die Ballettschuhe? Ich glaube ziemlich gut. Na, sieben. Äh... Äh... Angriff 6... ...hin aber 5 ist der Bonus, den ich krieg. 5 ist der Bonus, den ich im Moment krieg. Deswegen sind die Ballettschuhe besser. Außerdem mag ich das Angriffsprinzip von denen mehr. Da hat man nämlich dreimal diese... Ähm... ...Leiste, die unten durchgeht anstatt man muss spammen. Ich kann jetzt mal wieder in einen Encounter kommen. Zum Scheißensäck. Das meinte ich im Encounter-Kack. Sexy Wigger. Wie ihr habt's gesehen, Leute. So ungefähr mit. Ich glaub aber sogar, das ist schon fast die stärkste Waffe im Spiel. Ja, man kann nur anhippen, wenn man's richtig macht. Die bringen halt fast nix. Was mich interessieren würde, für den Encounter fehlen mir jetzt nur noch 14, weil das ja zwei Gegner waren. Onion Sun ist auch nicht da. Bin ich ja froh drum. Das war ein bisschen strange der Charakter. Ah. Oh, auch One-Hit. Das brauche ich hier nicht. Ach stimmt, hier rechts ist jetzt... ...und ein Startzug. Alter, wenn ich überlege, wie lange ich dafür im Pazifisten-Run gebraucht hab. Junge, ich schaff Waterfall in zwei Parts. ...und ein Startzug. Can't hurt an Umbrella either. You're walking anywhere. I guess I'll go with you. Die Schwelle sich in dieses heilen Regenschirm mitgenommen hab. Wer braucht sowas? Mh, mhm, 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 alright. An deinen verlierten werden wir ja sehen. Und du, ich dachte, das kann ich ja auch noch wegklatschen. Aber du hast mir sowieso nicht zu. Naja, schön für dich, was hier alles ist, ne? Hey, du, lass mich hoch. Warum hat das so lange gedauert? Oh, you're trying to be a little less rough. Ja? Nein. Ja, nein. Der nächste Set. 13, ich glaube, ich habe echt 2 davon bekommen. Irgendwie, ich habe hier gerade das schon, weil ich mich gar nicht an die Stelle erinnere. Oh. Schon? Die Stelle mache ich jetzt noch. Ich habe volle Leben. Dann beginnt der nächste Part mit einem Mad-Dummy. Ich weiß, dass du da bist. Ich bin nicht auch noch. Mein allgemeines Ausweich hat sich ja verbessert. Ich bin gespannt, wie es sich hier auch auf der O-O-O-O-S-Aussehung gerade kommt. Ich bin nicht so wie er hier ist. Ich bin nicht so auch auf der O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O.O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Kann sein, dass ich einen Katzenfüß dann auch ganz falsch habe. Ach, das ist ein Schlüssel. Na, nein! Und jetzt haben wir vor allem Jukki wieder Schaden. Nee, das ist nur, weil ich so viele Töten habe. Wenn sie nicht mehr aufhören. Hier kommt mir das Katzenfüß. Ja, jetzt bin ich aber gut. Der Schaden, den du mir machst, ist doch egal. Ja, ja, komm nur, komm nur. Lass mich raten, schmeiß dich hier gleich wieder runter. Habe ich nix gegen, da kann ich den Madami kaputt schlagen. Gut. Da kommt ja auch die Zwischensequenz. Mit anderem Sound. It sounds like it came from over here. Oh, you've fallen down. Haven't you? Are you okay? Here, get up. Untel, huh? That's a nice name. Mein Name is Ez-irell-lell-lel-lel-eah. Bis zum nächsten Mal.